Ja, ist doch was. Ja, ich nehme das obere dann. Kannst du das unternehmen. So viel dazu. Sag dich in der Sprung drunter. Oh, du hast Wasser gefunden. Glückwunsch. Mal gucken, wir hier direkt zusammen. Led und Tenor. Ach, wie habe ich das Geräusch von... Steinhaken in Terraria von Nismos. Echt schön, mal wieder zu zocken. Gefällt mich. Verdammt. Ein Led-O-Ausversehnung vergessen. Du hast kein... Hast du Gloomsticks? Nee. Schade. Warte, bevor du runderspringst. Da rechts ist noch ein Tin-Oar, da komme ich nicht dran. Danke. Danke. Ja, ich bin einfach aus Versehen runtergejumpt und das wollte ich eigentlich noch gar nicht. Ja, dann komm. Go, Wassermarsch hier. Was? Äh. Danke. Warum muss es rutschig sein? Das ist total doof. Was? Ihr wart hier schon, oder? Nö. Also, da oben waren wir ja allgemein schon mal, aber tendenziell waren wir ja noch nicht. Ja, hier ist ja ausgeleuchtet. Ehrlich? Was? Arsch, ey. Ich hab überhaupt nix gemacht. Äh. Was ist das? Ja, in der Höhle waren wir hier schon, ne? Ja, ach ja, hau mal mit den Hammer gegen. Hast du einen Hammer? Ja, verstehe. So eine Art Demon altar. Ja, ich hab... Ich weiß auch nicht genau, was es ist, aber es ist so eine Art Dämon-Altar. Du kriegst auf jeden Fall massig Schaden, wenn du gegen klopfst. Aber es ist ja jetzt nicht so ein Dämon-Altar, wie man sie kennt, in dem Corruption-Gebiet in Lila, sondern es ist wahrscheinlich nochmal so ein Sonder-Special-Teil. Wird wahrscheinlich sehr interessanter, wenn wir einen Pornhammer haben. Kann ich mir gut vorstellen, zumindest. Ja, ich glaub, rechts beginnt Dschungel, oder was ist das für ein Grün da? Da oben ist doch noch jemand hier rechts, oder? Ja, ist echt auch richtig. Ich hab doch Augen wie ein Luchs. Haben Luchs gute Augen? Ja. Gut. Ich hab Augen wie ein Luchs. Ich hätte ja so sein können, dass die so fast blind sind. Ich hab keine Ahnung. Nenn mir eine Katzenart, die schlechte Augen hat. Keine Ahnung, kenn ich viele Katzen. Aber das ist das, was ich haben möchte. Töte du den Slime. Ich möchte das da haben. Hey, Blumen. Ja, das ist natürlich dann jetzt so... Wo ist eigentlich Corruption? Hat er schon eine Corruption gefunden? War die rechts? Ist das noch rote Zeug, vielleicht Corruption? Nennenn, es gibt noch Corruption. Links? War die... Ist nicht rechts vielleicht noch die Corruption? Ich weiß nicht genau. Tschüss. Ach, schade. Oh, warte, der Blum. Wir können jetzt noch einmal nach rechts laufen, wenn da jetzt ein... Also ich weiß, rechts kommt der Dschungel. So viel kann ich schon mal sagen. Aber irgendwo muss auch Corruption kommen, die auch nicht unwichtig ist, sag ich mal. Das war im jetzigen Moment theoretisch noch unwichtig, aber im Großen und Ganzen ist es ja nicht unwichtig. Was ist das da? Warum ist hier Rich Mahagoni? Achso, weil wir jetzt nicht mehr zurückkommen. Ich weiß warum. Ich baue mal direkt wieder. Ach, ihr seid schon im Dschungel, oder? Ja, das sieht aus wie Dschungel. Ja, dann könntest du jetzt ein bisschen gefährlicher werden. Passt drauf, Leute. Gleich brauchen wir wieder Jahre, um unser Zeug wieder zu kriegen. Frag mal, Sven. Wart ihr hier unten schon? Ja, nee. Unten in dem Dschungel, in der Höhle? Klar, klar. Nur halbgefährlich. Minimal auf dem Level. Mit dem Gear. Das bin hoffentlich nicht ich. Ha! Huh! Der Tank. Hier unten ist was. Warte, bin ich weiter. Hör einfach mit. So viel zu tun. Oder beseitige diese Bad, die da kommt. Die macht Schaden ohne Ende. Aua. Nein. Oh, da ist direkt der Nächste. Der Slime könnte uns ein Problem werden. Wir sollten uns beeilen. Töte ihn! Der steht hier einfach so verregungslos. Tu was, Slime. Tu was! Wo ist Marcel? Ach, der ist unten. Naja, auch nicht. Das hier müsste mein Kreuz sein, oder? Nö, Kamila. Got snapped in half by Jungle Bad. Äh, Piranha! Die machen Schaden. Ich möchte den Schaden eigentlich gar nicht abkriegen. Zum Glück machst du auch Schaden. Äh, und ein Error? Okay. Das hätte ich jetzt erstmal nicht erwartet. Da vorne ist... Was ist das denn da? Ist das auch nur Gestrüpp? Ja. Das war so eigenartig was. Oh, guck mal da. Eine Truhe. Hey, ich hab eine Truhe. Breathing Reed. Wow. Dude, all. Ja, ich will halt mal wissen... Also, ich würde ganz gerne wissen... Wie kann ich das nicht abbauen? Kannst du das abbauen? Normalerweise kann man Thron doch abbauen. Ähm... Äh, wir sollten vielleicht doch wirklich weitergehen. Ja. Hast recht. Oder die von hier unten bekämpfen. Die kommen ja nicht unter Wasser. Warte mal. Komm mal her. Komm mal rein. Oh, okay. Ist vielleicht eine schlechte Idee. Ich bin tot. Boah, so gut wie tot. Ähm... Könnte ein Problem geben. Sag mir, dass du noch einen hast. So ein, äh... Heiltrank. Ja, mein Problem ist ja meine Luft, die mir ausgeht. Oh, je, 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 je. Ich muss die Luft holen. Hilft nix. Oh, huh. Huh. Oh, ich hätte meinen Breathing Reed draußen. Achtung, wie konntest du die abbauen? Ja, Shift und dann Links-Click. Ja, ich konnte sie nicht abbauen. Ich hab's gerade versucht. Hast du eine bessere Pickaxe als, äh, Holz? Ja, ich hab Holz. Ja, verstehst du nicht. Ja, da ist die Truhe für die nächsten. Marcel ist, glaub ich, jetzt wieder der nächste. Äh... Ja, weil... Ja, genau. Marcel ist der nächste. Ja. Oh, immerhin feiner. Wow. Glowsticks. Oh, Glowsticks sind nett. Ja, 54. Was? Ja, kannst du ein paar abgeben? Nein. Nein. Wo bist du jetzt? Oh. Ja, ich glaub, der Marcel... Ach, Marcel ist das. Hier, da. Holz für irgendjemanden. Ich nimm mal ein paar mit von den Robes. Ja, klar. Nimm. Wie gesagt, theoretisch ist es ja deine Kiste. Alter, ich seh hier grad noch was, die kann auch weg. Ich muss nur den Momentar ein bisschen aufräumen. Mein Gott. Alter, dieser, dieser Kleine da, der macht damage on the end, ne? Äh, wir gehen grad in der Höhle im Dschungel, das wisst ihr, ne? Äh, beeil dich, Marcel, beeil dich, Marcel. Schlecht. Das ist schlecht. Rein. Puh. Ich muss nicht gut ausfahren. Ah, okay. Äh, der... Halt dich die Stimmung. Äh, Marcel. Marcel, 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 Marcel. Du bist. Kannst sofort aufkagen. Puh. Okay. Kommst du da durch? Nee, ne? Er baut da oben noch die Lücke zu. I see what they did there. Äh, wieso kam der jetzt hier rein? Warte, fuck. Die kommen durch die kleinen Dinger durch. Das schleimst halt, ne? Die haben ja keine feste Form. Er gibt zumindest den, sagen wir so. Einigermaßen. Okay, ich weiß nicht, wie du da schaffst, Dustin, aber dein Stream kackt immer ab. Keine Ahnung, keine Ahnung. Das brauch ich nicht. Mehr im Kurs. Ja. Oh, neu. Ich sehe ja was, ich hab da noch was. Fällt mir ja früh auf. Oh, ich hab schon 99 Timmer. Ne, mehr sogar. Ja, eins verstehe ich nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich so damals so Dreck und so nur auf maximal 250 gesteckt hat. Bin ich mir relativ sicher. Ziemlich sogar. Aber zum Beispiel Erze stacken sich trotzdem noch nur bis maximal 99. Wer hat sich denn das ausgedacht? Äh, 99 Birdblocks, aber... Ja, ich glaub, du musst mal... Du musst mal in deinem Stream was umstellen. Und zwar irgendwie downscalen oder so, weil der ruckelt und kackt dann wahrscheinlich einfach irgendwann ab. Guck mal, wer da irgendwie was umstellt. Irgendwas musst du auf jeden Fall ändern, sonst geht das nicht. Ähm... Wo war dat? Geh mal auf... Müsste aber encode sein. Ne, ne. Geh mal auf Settings, encode. Coding... Und irgendwo müsstest du so irgendwo zum Beispiel haben, downscale auf 720p zum Beispiel. Irgendwo müsstest du sowas sagen. Wo die Resolution steht. Steht da die Resolution? Äh, Resolution downscale. Genau, da stellen wir irgendwie auf Dato dann bei mal 720p, also 720p. Und, Wörter hast du schon geschlossen, sonst gehen auch bei Video noch... Ne, bei... doch, bei Video... Ja, müsste. Bei dem zweiten Ding von oben links, da... Da kannst du noch die Max-Bitrate auf... Weiß ich nicht, 500 weniger stellen, du hast ja, glaub ich, noch bei 2500, glaube. Kannst du dann auch noch ausprobieren. Ob das hilft. Vielleicht tut es das ja. Äh, auf wie viel? 500 weniger als du jetzt hast. Ich weiß nicht, wie viel du jetzt hast, also... 1500. Ja, dann stell die auf 1000, als Beispiel. Oder... ja, genau. Wir sind hier ziemlich eingekreist, muss ich sagen. Ja, das ist doch nicht besser. Ja, hier links kommen wir, glaube ich, besser weiter gerade. Dann können wir uns da hochbaudeln. Spring, unten links. Ja, da ist eine Truhe, da unten. Müsste deine sein, weil du machst du halt die letzte. Ähm, wie viel hält die noch aus? Die hält noch 19 aus. Ist okay, die können wir eben schnell umsnacken. Ja. Ja, willst du den Tor holen? Weiter runter würde ich halt eher nicht gehen, weil es ist und bleibt Dschungelgebiet hier, ne? Du hast jetzt umgestellt? Ich hab umgestellt, ja. Ja, guck, behalte ich da mal im Auge. Ja, wie gesagt, Dschungelgebiet brauchen wir noch nicht rumschauen. Ja, wie gesagt, sollten wir gleich zurück, wenn dann Marcel wieder da ist. Ich hätte mich jetzt hier schon mal nach oben irgendwie mitgebaut, so nach oben rechts schräg oder so. Ich will immer noch weiter nach rechts kommen, wenn möglich. Ja, wenn wir jetzt gleich das Gebiet gesehen haben, was nach dem Biomier kommt, dann kommen wir wieder zurück. Hier haben wir leider noch keinen Spiegel. Da man ja mittlerweile mit 10 Mana anfängt, könnte man das Spiel hier sogar benutzen, wenn man einen hätte. Oh ja, auf den Spiegel freu ich mich schon. Mann, Mann, Mann. Ist Blutmond? Der Mond sieht so rot aus. Könnte aber vielleicht an dem Biom liegen. Ja, wir haben jetzt geraten. Sieht halt nur so rot aus, ja, ne? Aber lass noch nicht ganz durchbrechen, sondern irgendwie den letzten den noch waren. Ach nö, da rechts ist so ein Dschungel-Ding-Teil. Ja. Tut mir leid, aber da gehe ich nicht durch. Okay, so. Dann müssen wir uns da links durchkämpfen. Nein, machst du letztendlich ein Spottel-Ding wieder. Wo, wo, wo? Weiß nicht. Wie viel hast du an Sterne mittlerweile? Ich mach zu, wenn du wieder unten bist. Da oben ist noch... Oh, ne, warte. Oh, ein Nightbloom. Den finde ich ja fast schon wichtiger als ein Star. Geil, mein... Heute hier? Ne, ich glaube, das wird irgendwie jemand anders sein. Warte, ist er Tin? Ja, Tin. Hier auch noch, glaube ich. Ja. Marcel lenkt ab. Ich seh nix. Hast du Glowsticks? Du müsstest Glowsticks haben. Äh. Danke. Keine Ursache. Ich hab 25. Kannst du mir mir welche geben? Wäre mit. Welche Bogen diese Dinger machen. Da bin ich schon enorm. Man hört's doch schon wieder. Ja, direkt wieder hoch, ne? Ich baue. Begleitschutz. Da drunter ist direkt nur was. Gut gesehen, Stern. Gut gesehen, Stern. Haben wieder so glatt erkannt, als wir schon das erste Mal hier waren. Hallo? Wir wollten ja nur nochmal raus. Und dann... Oder rechts. Da neben ist auch noch. Ja, ich gehe mal rüber schon mal. Aber auch nicht, weil ich runtergrutsch bin. Da nochmal, oder? Ja, ich glaube schon. Okay. Das ist ein sehr netter Berg hier. Da links ist ein Stern. Relativ nah. Wie denn hast du? Ich hab jetzt zwei. Ich hab einen. Warte, ich kann dir meins schon mal geben, solange noch Nacht ist. Wasser. Äh, ja. Ich meine, die Animation sah fast so aus, als wenn der verkauft wäre. Darum mache ich jetzt ein bisschen so... Oh, hoffentlich hat er den doch bekommen. Was ist das denn für ein Berg? Warum ist er so durchzogen mit Erzern? Was ist da los? Ich meine, ich bin sehr gut, aber sehr eigenartig. Ja, ich denke mal, mit dem Zeug, wo wir jetzt haben, können wir auf jeden Fall schon mal bessere Pickaxes oder so machen. Weil ich meine, Holz halt, ne? Das ist semi-gut. Alter, was hier alles lohmenschwer, da guckt ihr da dran. Das ist Kupfer, was wir haben. Guck mal da. Ich hab ne Kupfer. Kannst du von hier oben mit deinem Sperr nicht irgendwie reinlunzen und die Piranhas mal wegsnacken? Ja, genau so. Das würde ich vielleicht nicht machen. Ja, oder? Um sie halt anzulauen.